hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen unboxing gerade kam das paket was ich oder etwas was ich bestellt habe bei dirk wanger messer und co erst mal mit meinem meni öffnen mal rechnen holen wir raus und zwar und zwar haben wir hier einmal ein opinel nummer zehn carbon stahl schönes stück schön scharf ein feuerstahl und das meni patriot zweite generation keine exhalterung für einen gürtel und das messer war schon lange scharf drauf und dann habe ich mich endlich bestellt schön so das soll es eigentlich auch schon gewesen sein bis demnächst danke fürs reinschauen tschüss